Hallo, hier erfahren Sie, wie Sie den Alarm einer Digitalur einstellen. Drücken Sie zweimal die untere linke Taste, um die Alarmeinstellungen aufzurufen. Verwenden Sie die Taste oben rechts, um die Stunde für Ihren Alarm einzustellen. Achten Sie auf AM und PM auf dem Bildschirm, um zu überprüfen, ob Sie den Wecker auf den Morgen- oder den Nachmittag stellen. Drücken Sie einmal die untere rechte Taste und stellen Sie mit der oberen rechten Taste die Minuten ein. Drücken Sie einmal die untere linke Taste, um die Einstellungen zu verlassen. Sie können die untere rechte Taste gedrückt halten, um Ihre Wegzeit zu überprüfen. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Bitte abonnieren Sie meinen Kanal. Vielen Dank.